Bevor das Video startet, wollte ich euch nur mal sagen, ich glaube, manche Videos kommen erst morgen oder so, weil, ähm, ja, weil es dauert einfach so lange mit dem, mit diesem Konfrontieren und sowas, es dauert mir einfach viel zu lange und das dauert auch echt lange. Also mir dauert es nicht zu lange, ich habe ja eine Beschäftigung und ja, es dauert einfach viel zu lange, deswegen kommen manche Videos, glaube ich, erst morgen. Nur eine kurze Ankündigung. Ja, jetzt geht's los mit dem Video. So, moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, ähm, ja, zu einem, zu einem kleinen Video, da zeige ich euch, ähm, meine, ähm, Magen in, ähm, Bootsbahn und Stadtsuche. Ja, falls euch das Video gefällt, Daumen hoch, falls euch nicht gefällt, Daumen runter, abonnieren, damit kein weiteren Kündnis mehr verpasst und die Glocke aktivieren, keine Ahnung warum, aber bitte mal aktivieren. So, jetzt hätte ich gesagt, los geht's mit dem Video. Ja, Mann, bin Team Gelb. Bin Team Gelb. So, Leute, das sind wir. Oh. Und dieses Mal denke ich an den Ton. So, der Ton ist an. Ja. Und, oh mein Gott, diese Mangie braucht einfach, zwei Minuten zum Laden. Deswegen sage ich euch, da steckt ganz viel Arbeit drin. Und hat auch echt viele kleine Minipixel. Hey, ich gehe mal kurz auf Toilette und gucke, äh, ob das, ähm, Boot bis dahin, glaube ich, schon geladen ist. Ey, das Boot lädt einfach immer noch. Ja, moin. So, jetzt ist es endlich geladen. So, dann zeige ich es euch mal. Warte kurz. Das hier ist die Isolation, heißt, ihr könnt nicht, äh, auf meine Baufläche. Das hier ist die Anfrage zur Blockzusammenführung. Ja, das bedeutet, ihr könnt nicht meinem Team beitreten. Da wird einfach keine Nachricht, äh, gezeigt. Hier ist PvP-Modus. Das bedeutet, äh, ihr könnt mich abschießen und sowas. Und dann mich töten. Aber ich hab das aus, also. So. Findet den Geheim-Button. Wo war der wohl? Ja, das ist halt, ähm, mein Haus. Präsident unterstrich Germany's Mansion. Bedeutet, äh, Präsident vom Deutschland, äh, Villa. Will's Villa halt. Äh, ja, das, und, äh, from the president the mansion. Vom Präsident, ähm, die Villa. Ja, okay, ich sag euch, wo der ist. Der, der Knopf ist hier. Äh, ja. Was, ähm, diese Sirene und das da bedeutet, äh, sieht ihr am Ende des Videos. So, erstmal die Updates. Das dauert leider noch. Morgen kommt das Flugzeug. Ja, German Flag on the Street. Äh, äh, Eingang. And at the normal Eingang. Das bedeutet, ähm, deutsche Flagge am Straßeneingang und am normalen Eingang. Äh, Fontaine at the Eingang to the Street. Bedeutet, ähm, Brunnen am Eingang von der, ähm, Straße. Alarmsystem, äh, Alarmsystem, around the house, bedeutet Alarmsystem, äh, um das Haus herum. Und eine Sirene, and a siren, und eine Sirene halt. Äh, Street at the front Eingang halt. Dieses Eingang muss ich auf Übersetzer suchen. Äh, ja, das bedeutet so viel wie, ähm, Straße am, äh, Vordereingang und Parking at Street. Eingang bedeutet halt, äh, Parkplatz am Straßeneingang. So, das hier ist halt mein Haus und von innen sieht es echt geil aus. Note. Please ring the bell and then look into the camera. Bedeutet, ähm, Hinweis. Bitte, äh, klingel, klingel und dann, äh, guck in die Kamera rein. So, da sind wir im Haus. Erstmal schön Licht an. Ähm. Ja, dann erstmal hier so. Äh, Steckdosen, hier ist eine Pferdebedienung, hier ist ein, äh, Geschlecht. Äh, hier ist die Küche mit einem Kühlschrank. Ich kann euch das von innen mal kurz zeigen. Äh, hier ist halt ein Waschbecken, also, äh, ja. Hier ist dann Kekse, sieht zwar aus wie Pulver, aber okay. Hier ist ein Spiegeleil. Oh, richtig gut. Da drin ist ein Kuchen. Den Kuchen hab ich noch nicht, sonst wär da schon längst da drin. Also kleiner ein bisschen. Hier ist halt, äh, Mikrowelle, Toaster, dies, das, Ananas, Mikrowelle. Äh. Das ist eine Klienanlage. Und, ja. Hier wird eine Karotte geschnitten. Hier ist halt, äh, Küchenlicht. Und guck mal, das Tor ist ja zu. Und hier ist das mit der Kamera. Ja, da, da ist, oder oben ist eine Kamera. Da auch. Und da auch. By the way, das hier ist der Elektronikraum. Und falls ich mal überfallen werde. Ja. Tu mich niemals überfallen. Äh, ja, Spaß. Hier sind noch Jetpacks, keine Ahnung warum. Und, da ist der Alarmsystem-Knopf. Naja, hier ist der Knopf zum, äh, für die Lichter. Oh, das kann man gerade nicht sehen. Aber falls es jetzt mal Nacht ist, äh, tu ich das hier aktivieren. Das hier ist das, guck mal. Das Tor da hinten geht gerade hoch. Jetzt geht es gleich wieder runter. Ja. Und jetzt guckt noch mal auf dieses Tor da, äh, dort, dort. Guckt noch mal auf dieses Tor. Ja. Hier sind Waschmaschinen. Und, ja, hier sind halt Pokale. Hier ist die ABC-Ecke, aka die Spiele-Ecke. Da sind Süßigkeiten schon, den habe ich geplündert. Hier ist die Toilette. Hier ist eine Dusche. Dann geht es mal hier hoch. Dann ist hier Echtbereich. Hier ist, ähm, Hier ist dann, äh, Zimmer für, ähm, den, der hier halt, äh, übernachtet. Jetzt geht es ab in mein Zimmer. Ja, moin! Äh, dann ist hier ein Globus. Kann man drehen. Ich habe alles nachgebaut. Da oben ist Neuseeland, dieser kleine Punkt. Da ist Russland. Und, äh, ja, keine Ahnung. Ich bin dumm. Ähm, ja, hier ist halt mein Gaming-PC. Dann bin ich hier so. Moin Leute und herzlich willkommen. Oder hier zum Beispiel. Hier bin ich so auf, äh, Reaction. Und hier so auf Videos. Ja, dann, falls ich mal so Videos aufnehme. Ja, einfach so chillig, chillig. Falls ich mal einfach nur, äh, Licht anmachen möchte. Ich, by the way, auch von hier. Äh, hier. Äh, ja, die Sendung ist, äh, cool. Dann ist hier der Kameraraum. Ihr dürft nicht wissen, wo alle Kameras sind. Und, uh, Nupp hat PvP an. Geil. Äh, ja, dann geht's in meinen Garten. So, hier ist mein Garten. Und, ja. Das ist halt der Brunnen. Das, äh, Parkplatz. Hier ist halt die Straße. Wollt ihr mal was mega Realistisches sehen? Das ist mega realistisch. Mega. Ich gebe euch auch immer bei Updates Bescheid. Falls ihr das überhaupt wollt. Guck mal, hier ist ja so ein normales. Kanone. Aber, wollt ihr mal was richtig Realistisches sehen? Das Baumhaus kann einfach fliegen. So was nennt man heutzutage realistisch. Das ist einfach das fliegende Baumhaus. A.K.A. Pauls neues Haus. Obwohl, nee, ich behalte lieber das hier. Da ist halt ein Auto. Nein, da, da ist, ähm, meine Adresse drauf. Ja, ich hab die da halt wirklich drauf gemacht. Änd, ja, das hier in der Nacht geht an. So, dann kommen wir jetzt mal zum Alarmsystem. Heißt, zum Ende des Videos. Wollt ihr es wirklich sehen? Okay. Machen wir am besten nachts. Äh, nachtmodus, da. Warte, ich muss mal kurz gucken. Okay. Ach. Verzögerungen 3. Nee, bisschen. Bisschen mehr. Verzögerungen 3. Verzögerungen 5. Das ist das Alarmsystem halt. Oh, ich hab was Falsches gemacht. Scheiße. Das war was Falsches. Oh, nein. Das war was Falsches. Ja, das ist halt das Alarmsystem. Ein Einbruch halt. Damit tu ich meine Bodyguards alarmieren. Und die kommen hier... Polizei, die Stars, Swats... Die kommen einfach hier vorbei. Und aber dann den, äh, ja... Einbruch. Ja, und das ist das Alarmsystem. Ich glaube, niemand hat Bock, bei mir einzubrechen. Ja. So, Leute. Das war's mit dem Video. Falls es euch gefallen hat, Daumen hoch. Falls es euch nicht gefallen hat, Daumen runter. Abonnieren, damit keine weiteren Können wir es mal verpassen. Und die Glocke aktivieren. Keine Ahnung warum. Aber bitte mal aktivieren. So, jetzt hätte ich gesagt... Ciao, Bella, Leute. Ciao, Bella, Strotzatella. Das war die... Präsidenten-Menschen-Tour.